Herzlich willkommen, mein Name ist Peter Böck, ich bin Arzt und Bewegungsspezialist und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit den effektivsten Übungen für alle Beschwerden im Bewegungsapparat. Und heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, die Bandscheiben. Und die machen gerade da unten, im unteren Rücken, vor allem in der unteren Lendenwirbelsäule L4, L5, L5S1, dort haben wir die häufigsten Bandscheibenvorfälle, die meisten Beschwerden. Und es gibt ja nicht nur Bandscheibenvorfälle, es gibt auch Bandscheibenvorwölbungen und Beschwerden, die Bandscheiben ähnliche Symptome machen. Jetzt gilt es natürlich auch die richtigen Übungen auszuwählen, nach einem Bandscheibenvorfall bzw. präventiv. Und dafür müssen wir die Rückseite hinten vor allem kräftigen und die Körpervorderseite dehnen, damit wir hinten Stabilität und insgesamt Aufrichtung im Oberkörper haben. Und die erste Übung ist, du kommst an eine Wand mit ein bisschen Abstand nach vorne, hebst die Fersen ganz vom Boden ab, streckst die Arme, sodass nur die Fingerspitzen die Wand berühren. Jetzt ist wichtig, nicht abstützen, hinten nach hinten fallen, sondern das Brustbein geht nach vorne und du streckst dich mit dem Brustbein hier so nach vorne oben, dass die Körpervorderseite gedehnt wird. Die Fingerspitzen berühren nur die Wand, nicht abstützen, den Kopf leicht heben oder kannst ihn auch gerade lassen, wenn es unangenehm ist. Und hinten kein übermäßiges Hohlkreuz fallen. Also vielleicht einmal so mit der Hand nach hinten greifen, das kurz kontrollieren, ansonsten da so ein bisschen dagegen drücken, dass der Unterrücken stabil und kräftig ist und bleibt und du bleibst hier in dieser Position, halten, atmen, gut, langsam wieder lösen. Jetzt kommst du auf die Knie in den Vierfüßlerstand und richtest dich jetzt aus dieser Position heraus auf dem Oberkörper, streckst die Arme und machst so eine leichte Rückbeuge, wieder gleiches Prinzip wie vorhin an der Wand. Brustbein geht nach vorne, Achtung, unterrücken, kurz kontrollieren, kann man auch am Anfang vor dem Spiegel machen, nicht zu stark einsinken und dann auf die Fersen nach hinten absetzen, die Hände und die Stirn zum Boden bringen. Du richtest dich wieder auf, streckst deine Arme nach hinten, die Rückbeuge nicht aus dem unteren Rücken machen, aus dem oberen Rücken machen und mit dem Ausatmen wieder absetzen. Mit dem Einatmen wieder leichte Rückbeuge, mit dem Ausatmen absetzen. Erstens wiederholen wir langsam ein paar Mal, am besten mit der Atmung. Tief und lange hier einatmen, langsam ausatmen. Du achtest auf den unteren Rücken, der bleibt kräftig und stabil, vor allem in der Streckung. Dann wieder runter gehen. Noch eine letzte Wiederholung. Und hier bleiben, weiter atmen, den unteren Rücken entspannen. Gut, jetzt kommst du aus dem Vierfüßlerstand, mit den Händen deutlich weiter nach vorne, so, dass wenn du jetzt nach hinten dich absetzen möchtest, nicht zu den Fersen kommst, aber trotzdem der Rücken schön gestreckt ist. Und genau das machen wir jetzt. Du kommst hier nach hinten. Wenn es im Nacken anstrengend ist, kannst du doch den Kopf ablegen oder du legst dein Kissen drunter. Bleibst hier und du siehst, mein Rücken ist jetzt ganz gestreckt. Sinkt nicht ein. Atmest hier ganz entspannt wieder ein und aus. Bleibst in der Position. Hüfte zieht immer so leicht nach hinten, Finger gehen nach vorne. Gut, und dann langsam wieder lösen. Gut, es gibt natürlich viele Übungen, die wir machen können für Kräftigung auf der Körperrückseite, Dehnung auf der Körpervorderseite, aber diese drei, die ich dir heute gezeigt habe, sind von den meisten gut ausführbar. Und wenn du das regelmäßig machst, kommst du nicht nur in eine Routine hinein, sondern schaffst auch die besten Voraussetzungen für den gesunden, schmerzfreien unteren Rücken. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!